Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Pokémon Flora Sky. Wir waren im letzten Part in dieser Eishöhle, wenn ihr euch erinnert. Haben uns dort ein Sneebel gefangen, was mich total freut. Freut mich echt, das mal zu benutzen und alles, weil ich das wie gesagt noch nie wirklich im Team hatte. Und naja, wir wollten jetzt endlich mal Platepix City so langsam verlassen. Du sagst auch nichts mehr. Finde ich schön. Root H ist just a few steps ahead. Nice. Nice, nice, nice. Gehört noch zu Platepix City hier oder was? Ah, ja, ihr seid auch Genies, ey. Leute. Hier ist nichts, okay. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ihr kennt das ja. Dark Cave. Ah, nein. Dunkles Höhle. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Finde ich ganz unsympathisch. Und ein Ninja. Okay, das haben wir schon mal geklärt. Total die gute Tarnung und so, ne. Also total. Gut. Schlagen wir uns mit dem. Guten Morgen. Von Out of the Ashes, Ilieb. Ja, ich challenge Sie. Okay, das hat sich gereimt oder was. Irgendwie sowas in der Richtung. Gut, was hast du für Pokémon? Venipede. Venipede war doof. Sneasel. Da bist du ja. Cool. Taunt, Quick Attack, Lear und Scratch. Bringt mir aber gerade nicht viel. Da hau ich, äh, Roggenrola rein. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten, weil, äh, ja, so Käfer gegen Gestein, das kann ja nicht viel machen. Also von daher hoffen wir mal. Poison Sting, komm lass. Pah. Da lache ich drüber. Not very effective, sag ich doch. Was hat mich vergiftet? Nein. 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 Das muss doch nicht sein. Super, du Arsch. Ein herzliches Fick dich auch, ey. Warte mal, ich hab doch bestimmt irgendwelche Beeren dafür. Irgendwas hab ich da bestimmt vor. Awakens. Heals Paralysis. Heals Poisoning. So, nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Roll out. So, da sollten wir auf jeden Fall kurz einen Prozess mitmachen. Auf jeden Fall, weil sonst wird das gefährlich. Na, ja, ja, ja. Ja, das wird gefährlich. Das kann sehr gefährlich werden. Alter, das vergiftet mich so oder so? Ja, das find ich ja scheiße. Alter, da hätt ich mich ja doch so sparen können, ey. Komm. Ich hasse Wallout. Ich hasse die Attack. Ich hab's bereits erwähnt. Wahrscheinlich hasse ich deswegen auch dieses Pokémon. Kann ich so schon direkt sagen. Weg. So, Frage ist, was setze ich jetzt ein? Ähm, was wär am intelligentesten? Baskulin, glaube ich. Ich glaube, Baskulin ist am intelligentesten. Mh, der intelligentesten. Watergun. Haus um. Puh. Sehr schön. Puh. Sneasel. Kein Level Up für Sneasel. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das, das... Der hat doch jetzt nicht nur diese Fettsäcke von einem Pokémon. Das find ich jetzt echt uncool. Und ich bekomme Werbung von meinem Antivirus-Programm. Das nervt. Das nervt. Whirlipeet. Das scheint die Weiterentwicklung zu sein. Klingt auf jeden Fall danach. Sieht, naja, schon so ein bisschen danach aus. Bei die schon etwas cooler aussieht. Da, na, na, da. Das können mich denn doch reizen, ne? Pursuit. Ah. Wobei, wir haben genug Unlicht-Pokémon im Moment. Echt. Hm. Watergun. Und dann haben wir das geregelt. Meine Fresse. So muss das. Und Level 20. Sehr schön. Sehr nice. With Honor, I admit defeat. Okay, schön. Toll. Ich mag auch Kekse. Hier ja. Witness the ancient Ninja Technic of Poconav's Registration. Ist klar, Junge. Ist klar. Zertrummerer. Jupp. Und wir finden eine Perle. Wofür sind die Dinger jetzt gut? Wofür sind die gut? Interessiert mich jetzt mal so langsam. Drei Stück haben wir davon, glaube ich, schon aufgesammelt. Ja. Pretty Pearl that would sell at a cheap price. Ja, super. Kann man verkaufen. Ey, sowas, das finde ich echt sinnvoll. Weißt du, du kriegst irgendein Item, damit du es verkaufen kannst. Ja, ey, super. Können sie mir doch gleich Geld geben. Meine Fresse, ey. So. Da komme ich nicht weiter. Gut. Heißt wohl eindeutig, hier geht's weiter. Moment mal. Gucken wir uns das mal an. Rechts von hier? Nichts. Äh, Quatsch, links. Gott. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Rechts-Links-Schwäche habe. Links von hier? Ist was. Gucke ich mich später an. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Dark Cave. Du bist eine Trainerin. Du bist auch ein Trainer. Du bist eine Oma. Willst du mich heilen? I don't have a bike, so I'll take a leisure walk on the low road. Gut. Dachte ich es mir doch, dass hier irgendwo ein Fahrradweg sein wird. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. War einfach irgendwie klar. Ähm, Frage ist, was mache ich jetzt? Ähm, 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 ähm. Will ich die Höhle weiter erkunden? Ich glaube, ich erkunde erstmal weiter die Höhle. Die fehlt da ja noch irgendwie ein bisschen. Flash. Ich glaube, ich bin in die falsche Tür reingegangen. Kann das sein? Kann das sein, dass die Türen beide irgendwie gleich sind? Okay, okay, okay. Das ist wohl zwei Ausgänge für einen Eingang. Äh, zwei, ein Ausgang für zwei Eingänge. Mein Gott. Could I see your Pokémon? Just one look, please? Ja, ist klar. Ein Collector. Edwin. Der andere ist auch irgendwie so komisch. Ed, Edwin, irgendwie sowas. Und es hat Troublesh. Hallo Troublesh. Dich hab ich auch. Ah. Ah. Wollen wir dich schon mal benutzen? Eine Runde. Ich hasse Typgift. Ich weiß nie, was dagegen effektiv ist. Nie. Ich krieg's nicht in meinen Kopf rein. Ich mach jetzt erstmal Kratzer und alles. Es könnte sein, glaube ich, dass Unlicht dagegen effektiv ist. Aber ich weiß es eigentlich nicht. Critical Hit. Fick dich. Three times. Einen Kratzer mach ich noch und dann wechsle ich weg. Acid. Ah. Scheiße. Ah, dafür reckt es schon. Schöner Scheiß. Ähm. Nam 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 nam. Ich benutze Wasser. Wasser ist, äh, Pflanze ist da, glaube ich, nicht sehr effektiv gegen. Nicht sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Ich könnte es bis eigentlich mal ausprobieren, ob es effektiv ist oder nicht. Reicht? Habe ich keinen Bock drauf. Nur mal so zum Ausprobieren. Ist ja da... Aber nö. Okay. So. Anorith. 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 Was bist du? Ich glaube, du bist Typ Stein, oder? Typ Stein? Ey, diese blöden Dingster-Pokémon, ey. It's super effective. Also es scheint irgendwie auch, glaube ich, Typ Stein zu sein. Metal Claw. Ja, oder Typ Stahl. Das Ding ist, glaube ich, auch gegen effektiv. Wasser. Nice. Nice, nice, nice. Anorith ist weg und dann... Na, schade. Kein Level-Up. Ich wollte meine Collection complete. Ah, schön für dich. Ich mag Kekse. Ich mag, die Match-Call-Registrationen auch. Okay, meinetwegen. So, wollen wir hier einmal kurz reingucken? Ah, einmal Licht. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Das ist doof. Makuhita. Hallo, Makuhita. Du bist toll. Ich mag dich. Aber dich werde ich nicht fangen. Tut mir leid. Da sind mir die Bälle einfach zu teuer, weil ich es letztendlich kenne und ich es nicht in meinem Team sehe. Da komme ich auch nicht lang. Das heißt wohl, das ist eine Sackgasse und das bringt mich nicht weiter. Du bist immer noch klasse. Du bist echt klasse. Ich mag dich. So. Hier raus. War hier nicht noch irgendwie ein Trainer oder so? Ah. Doppelkampf. Bei nicht zwanghaften Doppelkampf. Ah, Leute. Das nervt ein bisschen. Das nervt echt. Stärke. Stärke. Nur Stärke. Okay. Bring mir nichts weiter. Und ein Roggenrohler. Das hatten wir doch schon. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Das habe ich schon. Okay. Gut. Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Das ist, glaube ich... Ne, auf der Seite ist, glaube ich, kein Doppelkampf. Wobei, ich muss sowieso letztendlich beide, glaube ich, machen. Also, von daher... Ja, wie auch immer, ne? Wie auch immer. Ist klar. So, warum mal Lady Daisy would like to battle. Das hat ein... Boodoo. Boodoo oder whatever. Was setzt sich ein? Bleibe ich dabei? Ich glaube, ich bleibe erst mal dabei, oder? Poison Gas. Und dann, mal sehen. Watersport, das ist... Äh, für dich ist es interessant, auf jeden Fall. Du bist, glaube ich, Typ Pflanze, wenn ich mich richtig erinnere. Und für dich ist... Ja, das ist schon echt interessant. Das ist ein Effekt. Mal probieren. Growth. Ah. Special Attack. Sharply Rose. Scheint nicht zu bringen, okay. Es ist nicht bloß einfach daneben, sondern es bringt einfach nichts wahrscheinlich. Gut. Sea Weddle. Kommt rein. Und ich strecke mich. Und ich... Gott. So spät am Tag. So, äh, was nehme ich? Fury Cutter. Hm. Attack missed. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Quit. Nice. So. Roselia. Nö. Nö. Wofür? Wofür sollte ich das wechseln? Okay, das sah jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus und so. Naja. Whatever. Hm. Super effective. Das ist asozial. So, das erledigt. Sehr cool. Und Level 20. Yay. Entwickel dich. Entwickel dich. Entwickel dich. Äh, you weren't led astray by our aroma. Komm. Yes. Yes. Es entwickelt sich. Was passiert? Was passiert? Und dieses Sonnenschein-Dingsbums, das nervt. Dass die Farben da so geändert sind. Ah. Nervig. Okay. Du bist jetzt... Wie heißt du jetzt? Okay. Congratulations. Dein Sea-Retal evolved into Swat-Loon. Hm, Summary. Gucken wir es uns an. Ah, immer noch... Ja, jetzt ist... Doch, die Fence ist immer noch am höchsten. Ah, okay. Physischer Angriff am höchsten. Okay. Da ist ein Item, das möchte ich haben. Super Potion. Nice. Warum nicht, ne? Hm, du bist kein Trainer. Ach so, okay. Wouldn't it be great to ride a bike at full speed on Cycling Road? Why not, ne? Gut, hier geht es auf diese Dingsstraße rauf. Ähm, will ich aber noch nicht machen, oder? Will ich das schon machen? Ich habe ein Fahrrad und... Also praktisch habe ich beides jetzt schon. 15 Minuten haben wir jetzt. Da würde ich sagen... Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bei Pokémon Flora Sky. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschööö.